Ja, willkommen zurück, hier bei Final Fantasy 7. Immer noch Motivationsnull, ich weiß es nicht, einen wunderschönen guten Abend, Nobu und die Leute bei YouTube, die nicht wissen, was Phase ist, weil sie den Chat nicht lesen. So, mal gucken, was habe ich hier noch verpasst? Modellnummer, meines Glückes abwärtskompatibel, Nussnix schreibt, ich habe nur durch Zufall die richtige erwischt. Ähm, ich muss es aber zugeben, dass wenn ich auf der PS2 Civilization 2 spiele, dann gebe ich meistens den Cashcode ein, um den anderen überlegen zu sein. Okay, cheater. Motivationsnull hält sich mittlerweile in Grenzen, dank meiner Zustellung. Zustellung. Zustellung für PS5. Zustellung. Ähm, drei Tage zu früh, drei bis vier Tage zu früh, aber ich bin glücklich, das ist so schön. So, und genauso, wie beim letzten Mal, voll mit Kaffee, das ist voll der Punkt, ich habe noch einen halben Stößchen. Oh. Wie beim letzten Mal, lese ich vor, aus der Bibel der Geschehnisse, dem, ähm, Lebenswerk von Personen, die wir, ähm, kennen tun, kurzum aus der Anleitung. Es geht diesmal um tiefer Lockhart, nein, wir haben Barrett, Barrett Veles, mit dem wir jetzt weitermachen, Anführer von Avalanche. Alter 35. Geschütz, äh, Waffe, Geschützarm. Größe 1,97 Meter. Der ist schon ordentlich, ja, Dude. Geburtsdatum, 15. Dezember, Geburtsort, das Dorf Correll. Barrett ist der Anführer der Untergrundbewegung Avalanche und bekämpft den Megakonzern Shinra-Üng, der die Mako-Energie monopolisiert und sie dem Planeten mit Hilfe spezieller Reaktoren entzieht. Barrett verlässt sich auf seine enorme Stärke und seinen Geschützarm. Seine Frau starb vor einigen Jahren bei einem Unfall und er wohnt bei seiner Tochter, äh, es steht wirklich so, und er wohnt bei seiner Tochter Marlene. Er wohnt bei seiner Tochter Marlene. Wusstet ihr, dass die kleine 5-jährige, ähm, Marlene zufälligerweise, äh, oder lass sie 6 Jahre alt sein oder so, zufällig einen ganzen Laden besitzt und, ähm, ihr Betrunkene abfertigt und so weiter und, äh, Es ist mir so noch nie aufgefallen, steht hier wirklich? Und er wohnt bei seiner Tochter Marlene. Das, das ist das kleine Mädchen. So, die nächste Person, die wir schon kennengelernt haben, ist Tifa Lockhart. Ähm, Beruf Bardame, in Klammern Avalanche-Mitglied. Alter 20. Waffe, Handschuhe. Jetzt stelle ich mir vor, wie sie so mit Backhandschuhen, mit diesen, ähm, Ofenhandschuhen durch die Gegend läuft und die ganze Zeit so rumslappt. Ähm, Größe 1,67 Meter. Schatz, wie groß bist du? Tja, alter Verwalter. Ähm, Geburtstag 3. Mai, Geburtsort Nibelheim. Tifa ist fröhlich und optimistisch. Es gewinkt ihr immer, die anderen aufzuweitern. Sie ist allerdings keine hilflose Schönheit. Mit ihren Fäusten kann sie fast jedem Feind, äh, mit ihren, achso, fast, ne, mit ihren Fäusten kann sie fast jeden Feind ausschalten. Sie ist ein führendes Mitglied von Avalanche. Mit Cloud ist sie seit Kindertagen befreundet. Doch ihre Gefühle mit ihm, ähm, für ihn würde sie niemals eingestehen. So schaut das aus bei den guten Herren. Bei den, bei den drei lustigen vier. Und damit geht es weiter. Ein neuer Tag, ein neuer Reaktor. Unsere Aufgabe ist, nach Sicherheit zu prüfen. Wir sind vom, ähm, Shinra-Sicherheitsdienst und sind dafür angestellt, zu gucken, dass die Reaktoren, ähm, in einem tadellosen Zustand sind. Und auch, dass die Reaktoren von Shinra, und auch, dass die Reaktoren von Shinra, äh, ja, arbeitssicher sind. Es geht um die Arbeitssicherheit von, ähm, dem, seinem ganzen Konzern im Endeffekt. So, weil vor zwei Wochen, The Grandmaster of Rap, der Lehrmeister von, äh, Wortakrobaten, wie Grandmaster Flash gestorben ist. Ach krass, Grandmaster Flash ist gestorben, heftig. Wir reden natürlich von, Fadda, ah, Fadda, Abraham. Okay. Habe ich mir aus Respekt vor dem Meister die komplette Serie Die Schlümpfe gekauft? Kein Scherz, die Game-Board hat, ist nicht das Game-Board-Spiel von Die Schlümpfe schweineteuer? Hm, guten Morgen, Cloud. Hast du gut geschlafen? Barrett hat geschnarcht. Pst, 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 so laut, sonst hört er dich. Barrett ist immer so nervös vor einer Operation. Ich gehe diesmal. Okay, schön für dich. Wo gehst du denn hin? Unser Ziel ist der Reaktor von Sektor 5. Er gibt dich zum ersten Bahnhof. Ich besorge dir einen Platz im Zug. Ey, Cloud. Bei der nächsten Mission muss ich dich etwas fragen. Ich, ähm, ich weiß eigentlich gar nicht, wie man mit Substanz umgeht. Ich gebe dir die Substanz, die du gefunden hast. Zeig mir nur, wie ich sie benutze. Ah, das verstehst du sowieso nicht. Was ist denn nun so toll an den Jungs bei Soldat? Kannst du mir das mal sagen? Okay, ich frage dann Jesse nachher nochmal. Aber wo du für mich die, ähm, wo du, aber du bist für die Substanz verantwortlich. So, super. Ich wollte, dass ewig lange, ähm, Materia-Tutorials einfach überspringen. Cloud, ich habe eine Nachricht von dem Waffenhändler oben. Er möchte dir etwas geben. Vergiss es nicht. Marlene, du passt auf den Laden auf, während wir weg sind. Geht in Ordnung. Viel Glück. Alter, jetzt musst du einfach so unter den Ladentisch greifen. Marlene passt auf den Laden auf. Mit der Pumpgun. So, dann machen wir das mal. Wir gehen natürlich in das Tutorial-Ding rein, weil wir nämlich bei dem Tutorial-Ding nochmal das ein oder andere Spielzeug bekommen. Was gar nicht so verkehrt wäre. Ah, wieder ein Tag, an dem nichts los ist. Wenn das so weitergeht, ist bald Schluss mit dem Laden. In so einem Slum kann man einfach keine wirklichen Medikamente verkaufen. Upsa. Oh, sieh eine an. Das kommt nur, äh, nicht allzu oft vor. Bist du ein Kunde? Ja, willkommen. Wir verkaufen, wir verkaufen. Ah, nee, wir kaufen und verkaufen. Wir tun alles. Wir tun einfach alles. Wir haben hier Feuer, Eis und Blitz. Eis haben wir, glaube ich. Nee, doch, Eis haben wir in der Ausstellung. Feuer haben wir noch nicht. Feuer werden wir uns auf jeden Fall einmal gönnen. Ähm. Und wir nehmen noch ein paar Tränke mit. So, acht Stück. Dann haben wir 15 Tränke, das ist gut. Königsfeder haben wir eine, dann nehmen wir nochmal einen zweiten mit. Und Gegenmittel finden wir auf der Straße genug. Danke fürs Gespräch. Ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll war, mir Feuer zu holen. Weil ich glaube, wir hätten später auch nochmal ein bisschen was bekommen. Aber egal. So, rüsten wir erstmal die Materie aus. Das ist okay. Blitz. Dann darfst du... Nee, blützen. Ich glaube, sie nimmt Feuer. Warte mal, Zauber plus. Und maximal MP 2%. Man kann ja auch mal ein bisschen auf die, ähm, auf die Werte achten. Na. So, war das nicht so, dass die Mutter die Bar, ähm, die Bar eröffnet hat? Vielleicht war es so gemeint. Nee, das kann ja auch nicht sein. Weil ich ganz genau sagen kann, was mit der Mutter passiert ist. Also, könnte ich. Mach ich aber nicht. Ich bin ja kein Spoiler-Dude. Obwohl ich ja eigentlich spoilern könnte. Gib ihr Heilung. Alles klar, sie kriegt die Heilung. Bruder Marco hat gesprochen. Dann machen wir das so. Sie kriegt die Heilung. Wir kriegen die Moneten. So, wir können nochmal gucken, ob wir hier irgendwelche coolen Waffen haben oder so. Nee, einen Augenblick mal. Du kannst hier nicht einfach rausgehen, ohne was zu kaufen. Das könnte sich als ungesund erweisen, wenn du weißt, was ich meine. Alter, der Typ steht da hinter sich, er dich auch mit einer Pumpgun und sagt so, kauf was oder stirb. So, seht ihr mal. Hier haben wir so tatsächliche Sachen, die wir mitnehmen könnten. Und zwar, Eisenreif. Davon nehmen wir gleich drei Stück mit. Erhöht die Materie oder die Anzahl an Materie, die wir haben. Und Granaten. Davon nehmen wir auch nochmal einen ganzen Haufen mit, weil Granaten sind irre gute Gegenstände für den Anfang. So, Ausrüstung. Alle kriegen jetzt noch ihren Reif. So, Materie haben wir nicht zum Einsetzen, aber wir könnten versuchen, hier weniger Messi-haft zu sein. Und hier zumindest die Sachen verkaufen, die wir nicht mehr brauchen. Ähm, Objekte. Wir brauchen... Ah, das Gärtlinggewehr. Stimmt, habe ich ja ganz vergessen. Die Startwaffen kann man nicht verkaufen. Die werden ewig im Inventar rumlungern. Na, egal. Dann ist dem halt so. Es gibt hier nämlich so ein paar Kisten, die wir mitnehmen können. Das sollten wir auch auf jeden Fall tun. Die Musik... Alleine wegen dieser ollen Musik nehme ich dieses Spiel mitnehmen. Moment. Das ist der berühmte Speicherpunkt. Am Speicherpunkt kannst du ein Zelt benutzen und Speichern wählen. Da ist auch noch mehr. Such etwas, das sich Geheimnis nennt. Wenn du das Spiel speicherst, kannst du an derselben Stelle wieder anfangen. Und dann... Äh, auch dann, wenn du ausgelöscht wirst. Brauchst du... Äh, du brauchst dir also keine Sorgen machen. Sollst du ausgelöscht werden. Das ist zwar ein wenig vorgegriffen. Aber wenn du Midgar verlässt, wenn du die Weltkarte hast, kannst du überall speichern. Vergiss das nicht. Hallo, ich bin der Speicherpunkt. Das dürfte so ziemlich alles sein, was du über mich wissen musst. Wir sehen uns dann wahrscheinlich irgendwo auf der Straße wieder. Mach's gut. Ich bin deine Schatztruhe. Anfänger. Ich muss ganz besonders... Ähm, ihr müsst ganz besonders nach mir Ausschau halten. Ihr habt die freundliche Schatztruhe gehört. Hey, Soldat, erzähl mir was von deiner Schlacht. Wir bezahlen dich auch dafür. Äh, so dreckig geht's mir nun auch wieder nicht, dass ich Geld von Typen wie dir annehmen muss. Aber ich unterhalte mich ein bisschen mit dir. Was willst du wissen? Mehr Zeit habe ich nicht für dich. Was? Warte mal ganz kurz. Ich dachte, er bezahlt mich jetzt dafür. Was willst du wissen? Etwas über ATB. Gib ihr Heilung. Achso, haben wir schon. Bla, 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 bla. Ach ja, das ist so herrlich. Ich finde, diese alten Spiele sind immer so gut gelungen gewesen mit ihren Tutorials. Und so etwas über die Zahlen. Nee, aber ich glaube, das reicht doch, oder? Ey, ich dachte, er bezahlt mich dafür, dass ich ihm eine Story erzähle. Dann halt nicht, du blöder... Knall, Schlag, Hilfe! Du musst durchhalten. Deine Limitanzeige fängt gerade erst an, sich aufzubauen. Wow! Okay, deine Limitanzeige ist jetzt voll. Geh los und mach doch was draus. Kämpfe mit deiner Limittechnik. Ja, so funktioniert das. Auch im wahren Leben. Super! Der Typ hier oben war doch auch noch mit irgendwas. Was willst du wissen? Ich will nichts wissen! Ich will dein Geld! Gib mir halt dein Geld! Okay, dann war das hier nicht. Oh, stopp! Der hat halt eine Materie herumliegen gehabt. Verdammt! Und ich habe sie noch aufgesammelt. Substanz alle erhalten. Und bloß schnell weg von da. Ey, auf Anhieb! Das war eine Substanz! Nimm als nächstes diese Schatztruhe! Äh... Alter! Danke! Mein Freund! Das ist gut so! Das heißt, wir könnten jetzt, dadurch, dass wir einen Magie-Slot überhaben, können wir Zauber-Cloud... Ne, Blödsinn! Warte mal! Äh... Ach, was mache ich denn da? Substanz tiefer? Die hat aber nur einen, ne? Okay, bei ihr bringt alle nichts. Wir könnten Eis gegen alle tauschen. Dann können wir Blitz auf alle werfen. Und Eis auf den zweiten Slot. Und dann machen wir Piu-Piu! Laser-Eule und sowas. Los, schnell weg von da. Den einen Typen hier, mit dem rede ich nochmal. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier auch Geld bekommen. Das ist die Halle der Anfänger. Du sagst, du bist Anfänger, aber deine Augen sagen, du bist keiner. Mach dir keinen Stress. Ich war bei Soldat. Ich sag dir, was ich weiß. Und das... Auch noch gratis. Ach nö. Wie man speichert, wie man Verbündete heilt, wie man Wundner... Boah. Dieser Moment, wenn das Spiel sagt, hast du keinen Bock, die Anleitung zu lesen, dann sag ich dir halt, irgendwie das Spiel funktioniert. Danke. War nett mit dir zum Plaudern. Gibt es Geld, wenn ich... Ähm, wenn ich da... Wenn ich dem... Wenn ich alle diese Tutorial-Dinger zulabern würde? Das hier ist ein Slum. Also glaub nicht, du kannst umsonst hier wohnen. Was hast du vor? Wirst du nicht müde, wenn du das Bett vor dir siehst? Kommt nicht in Frage. Alter. Ach so. Die Anzeigefehler. Ich dachte so, hä? Warum geht das nicht runter? Kommt nicht in Frage. Ja, hier ist der Cursor an den Positionen verteilt. Wie groß ist Final Fantasy 7 eigentlich? Ähm, grob gepeilt so um die... 1,3 Gigabyte. Zierer Bursche, hm? Man sollte sich keine Gelegenheit zum Schlafen entgehen lassen. Man sollte sich keine Gelegenheit zum Sparen entgehen lassen. Ein zierer Bursche weiß das. Denkt dran, alter Junge. Gab's hier nicht... Keine Meinung nach... Keine Meinung nach... Hier gab's noch was. Na gut. Ach, in Spielstunden. Oh, unterschiedlich. Aber das letzte Mal, als ich an einem Spiel gesessen habe, waren das... Ja. Also so 20... Ne... 24 bis 30 Stunden, wenn man gut unterwegs ist. Wenn man schlecht unterwegs ist, könnte es auch ein bisschen länger sein. Bist du ausgetrocknet... Ähm... Bist du ein ausgetrockneter Alter? Müde? Warum rufst du dich nicht oben aus? Nur eine Bedingung. Du musst mir ein bisschen Geld geben. Ein Gil. Verflucht. Vergiss es einfach. Oh, ich geb dem doch nicht mein Geld. Hab ich mir gerade eben zusammengespart. Genau, also so Pi mal Daumen geschätzt. Aber ich weiß halt eben auch noch nicht, ob ich das durchspiele oder nicht. Weil eigentlich sind wir schon mit Final Fantasy 9 am Werk. Und da sind wir schon fast auf CD3. Wir speichern hier trotzdem einmal ab. Einmal abspeichern ist gar nicht verkehrt. So, wo mache ich denn den nächsten Cut? Ich würde sagen, den nächsten Cut mache ich... ...im Reaktor. Dann aber immer so schön ein bisschen etappenweise. Ähm, die... die ganzen... ...die ganzen Päuschen und sowas. Ich meine, hier passiert ja noch ein bisschen was. Tschu-Tschu! Alle sind drin. Zug geht los. Ab hier die Post. Ey! Sieht aus, als wäre das hier nicht... Ähm... Sieht das doch aus, als wäre das nicht privo... Wart, mach den Abgang! Ach, wieder immer raudis. Was ich doch immer für ein Glück habe. Hast du was gesagt, Alter? Hast du was gesagt, oder was? Hey, jetzt schaut euch das an. Plötzlich ganz leer geworden. Was ist denn los? Mist! Es ist... Es ist... Es ist leer wegen solcher Typen wie dir. Du... Du hast gehört, oder? Ja, du... Du hast gehört, oder? Avalanche hat neue Bombenanschläge angekündigt. Nur treue Angestellte wie ich gehen an einem solchen Tag nach Midgar. Du arbeitest für Shinra. Und durch Gewalt lasse ich mich nicht abhalten. Und ich gebe dir auch nicht meinen Platz. Barrett! Ach, du verdammter Glückspilz! Und was machst du jetzt? Wie kannst du nur so ruhig sein? Du machst mich völlig fertig. Ja, weg kommen wir nicht. Der Zug fährt, ne? Seht aus, als wären sie mit den Reangieren fertig. Wir fahren endlich los. Und was ist unser nächstes Ziel? Ha! Hört euch mal diesen Wichtigtuer an. Okay, ich erzähl's euch. Jesse hat wahrscheinlich schon erwähnt, dass es auf der oberen Platte eine Sicherheitskontrolle gibt. Mit diesem Ausweiskontrollsystem werden alle Züge überwacht. Shinra ist ziemlich stolz darauf. Wir können unsere gefälschten Ausweise nicht mehr verwenden. Guten Morgen und willkommen bei der Midgar-Bahnen-Gesellschaft Ankunft in Sektor 4 um 11.45 Uhr. Immer diese besoffenen Zugfahrer. Äh, Lokführer. Das bedeutet, wir haben nur noch drei Minuten bis zur Ausweiskontrolle. Okay, in drei Minuten springen wir aus dem Zug. Alles klar. Ach Mensch, wie fröhlich. Cloud, komm her, du musst mal einen Blick auf das Schienennetzmonitor werfen und Dingsbums. In meiner Sammlung gibt es auch Theme Hospital und Diablo 1. Obwohl die Grafik bei Diablo 1 auf PS1 gewöhnungsbedürftig ist. Trotzdem geil. Muss ich da mal echt sagen, ne? Er sei der Einzige, die mit mir reden und mich besuchen. Ich bin beeindruckt. Ist das alles? Warte, gibt noch was? Damit. Hm, sieht aus, als hättest du das schon gesehen. Es ist in Ordnung. Komm ein bisschen näher. Grüße. Hast deine Hände bei dir, Cloud? Äh, Moment, was? Das ist komisch. Der Ausweiskontrollpunkt müsste ein wenig weiter unten sein. Sicherheitsalarmstufe A. Nichtidentifizierte Passagiere entdeckt. Alle Waren werden kontrolliert. Wiederholung. Sicherheitsstufe, äh, Alarmstufe A. Nichtidentifizierte Passagiere entdeckt. Alle Waggons werden kontrolliert. Was ist los? Was geht hier vor? Wir sitzen in der Patsche. Ich erklär später. Schnell in den nächsten Waggon. Ah, verdammte Scheiße noch mal. Jemand hat es vermasselt. Nichtidentifizierte Passagiere in Waggon 1. Verriegung wird vorbereitet. Nichts wie weg, aber Dalli. Der Moment, wenn er nur 14 Sekunden hat. Was passiert denn eigentlich mit den komischen Leuten da hinten? Waggon 1 verriegelt. Übergang zur Alarmstufe 2. Schnell. Die verriegeln gleich die Tür. Dafür kann ich ja nichts. Lauft einfach. Weiter geht's. Waggon 2 verriegelt. Übergang zur Alarmstufe 3. Okay, alles klar. Noch nichts. Wir beginnen mit einer neuen Kontrolle. Wenn wir erwischt werden, sind wir alle erledigt. Aber keine Angst. Wenn wir immer einen Waggon weiter nach vorne gehen, müssten wir es schaffen. Ja dann, ähm, steh mir nicht im Weg rum, Leute. Nee, steh mir nicht. Ja, das geht ja schon gut los hier. Äh, aus dem Weg, du. Oh, ich dachte gerade, die Playstation schmiert ab. Ich sagte, weg da, du olle Zibbe. Schieb deinen Zuckerarsch woanders hin. Alles, äh, alles klar. Wir haben es geschafft. Hey, hier entlang. Kommt, wir machen hier den Absprung. Wo bin ich denn? Ach, da hinten bin ich. So, ich habe es aber bis heute nicht geschafft, Diablo 1 durchzuspielen. Zum Spiel auch, ähm, zum teilaufringen Zeitmangel muss auch mal arbeiten. Das ist richtig. Ähm, verstehe ich aber. Ich hatte, ich würde es auch nicht mehr anfangen. Ich habe auch schon mal gesagt, Diablo 2 werde ich niemals wieder anfangen. Auch Resurrection nicht. Weil, also so gut die Spiele waren, sie sind auch stinklangweilig geworden. Zumindest, ähm, Diablo 2. Ich habe es das letzte Mal, als ich gespielt habe, nicht mal zu Andarie geschafft und bin noch im ersten Akt vor dem Rechner eingepennt. Buchstäblich. Gruselig. Jetzt ist es zu spät darüber nach, sich Gedanken zu machen. Warum bist du überhaupt mitgekommen? Weil. Ey, ihr beiden, dafür ist jetzt keine Zeit. Na los, Absprung. Okay, ich habe mich entschieden. Pass gut auf, ich werde springen. Wip. Ist es dir recht, wenn ich zuerst gehe? Der Anführer bleibt immer bis zum Ende. Kümmere dich um, äh, nicht um mich. Geh nur. Pass auf, Exile, nee, das ist mir zu groß. Ey, pass auf, dass du dir kein, äh, dass du dir den spitzen Hintern nicht platt machst. Das ist nur der Anfang der Mission. Später, kümmere dich um den Rest. Nebenbei ist der gute Sorge noch da. Mal so am Rande. Gut, so weit läuft alles noch klar. Ja, natürlich. So weit läuft alles nach Plan. Wir mussten gerade zwei Stationen zu früh rausspringen, aber alles ist planmäßig gelaufen. Mhm. Der Sorge, der war gerade, äh, der war vorhin noch im Chat. Ähm, es ist besser, wachsam zu bleiben, bis wir zum Reaktor von Sektor 5 kommen. Big Swatch und Jesse halten alles für uns bereit. Also los. Ereaktor ist am Ende dieses Tunnels und Barret verwandelt sich in Cloud in 3, 2, 1, plupp. Hm. Diese Lichtstrahlen sind die Sicherheitssensoren der Shinra. Wir können hier nicht weiter. Ja, dann. Es ist ein ganz schön kleines Loch und da soll ich mich hineinquetschen, um unter die Platte zu kommen? Komm nicht in Frage. Hey Cloud, was hast du vor? Naja, was wohl? Hinunter gehen? Verdammter Mist, das Ding ist gruselig. Äh, gruselt mich aber. Mir doch egal. Runter da. So, naja, langweilig ist Diablo 1 für mich nicht. Aber wenn ich mal Zeit habe, dann liegen andere Spiele auf der Liste zum Zocken. Ich hab noch mit, ähm, noch nicht mal Skyrim durchbekommen. Mein Berg, der Gaming-Schande ist schon eine ziemlich Höhe, hat schon eine ziemlich Höhe erreicht. Fühle ich. Fühle ich total. Das haben wir auch an vielerlei Stellen. Oh, guck mal, Seepferdchen. Ist ja nicht süß. Das ist nicht ja so niedlich. So, Angriff, Zauber, Blitz auf alle. Angriff und gib ihm. Feierwerk. Ja, Pile of Shame ist echt so ein Ding. Na, da, ich hab so viele Spiele nicht, ähm, nicht gespielt. Hier, ähm, Legend of Zelda, Breath of the Wild ist immer noch nicht ausgepackt. Ja, glaub ich zumindest. Weiß nicht, hab ich, oder hab ich die doch nochmal angesabbert irgendwann? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich hab auch eine ewig lange Liste. Gefühlt, 90% meiner, meiner Spiele, die im Hintergrund sind, hab ich noch nicht mal angefangen oder durchgespielt. Was ich eigentlich mal wirklich machen sollte. Ich vermisse die Elefanten und Tonberries. Ey, jetzt mach dich mal nicht drü- jetzt mach dich mal nicht über die, äh, über die NES-Version von dem Spiel lustig, ja. Das war die einzig wahre, die einzig wahre Final Fantasy 7-Version. Es gibt keine andere Final Fantasy 7-Version als die NES-Version. Das wisst ihr ganz genau. Das ist wichtig, das ist ein Zelt. Ne, das ist ein Trank. Gab's auch ein Zelt, oder nicht? Tut mir leid. Das Problem mit der Ausweitskontrolle ist, ähm, im Zug war mein Fehler. Ich habe einen speziellen Ausweis für dich gemacht. Deswegen. Ich habe mir solche Mühe gegeben. Aber ich hab versagt. Aha, da ist die Schuldige. Ähm, muss auch einiges antesten und aussortieren. Ne Tauschbörse wäre mal nice. oh ne, das wäre wie der Wundertausch bei Pokémon. Ich würde die ganze Zeit irgendeinen Trash, den ich noch hier rumfliegen habe, einfach, ähm, einfach gegen die guten Spiele austauschen. Ich wollte so ne, ähm, so ne, so ne Trash, ähm, so ne, so ne Trash Wii Session machen, wo ich mal so die richtig beschissenen Wii Spiele spiele, die hier, ähm, die ich hier rumfliegen habe, weil ich dachte, dass die Party mäßig sicherlich mega lustig wären. Laut ihr lang, zum Reaktor geht's diese Leiter nach oben. Und da sind wir doch gekommen. Du lügst doch. Du bist ein Lugner. So, es ist also ein, ähm, es ist so, dass der Tag nur 24 Stunden hat und man auch noch andere Sachen beschäftigt ist, ähm, ist besonders, wenn man zu älteren Gaming-Generationen gehört, ist die reine Spielzeit ziemlich kurz bemessen, ja. Drei gegen ein Gutes und so weiter ist doch nicht wild. Na, nee, 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 nee. Also ganz im Ernst, ich würde mich super, super schlecht fühlen. Ich würde mich super schlecht fühlen, wenn ich, äh, wenn ich ein schlechtes gegen, selbst wenn ich fünf schlechte gegen ein gutes Spiel forschen würde, würde ich das echt nicht geil finden. kann man aber bitte Cloud angreifen? Danke. Kann man jemand Cloud angreifen und treffen? Deswegen bin ich ein schlechter Händler, fühle mich gerne gut. Ja, gut fühlen darfst du dich, ja, das ist ja nicht das Drama. Aber, es ist halt eben super ärgerlich, also, auch damals, als ich in der Systemgastro gearbeitet habe, ich verkaufe ungerne Sachen, die, von denen ich nicht überzeugt bin. so, und auch in der Systemgastro gibt es so, oder gab es halt eben so das ein oder andere Ding, wo ich gesagt habe, das, das, das biete ich bewusst nicht an. Wo warst du? Ähm, nicht bei der goldenen Möwe. Ähm, nicht bei der goldenen Möwe. Äh, warte mal, nee, von da sind wir auch gekommen. Äh, gibt es ja nur einen Weg. Ich dachte, ich habe hier mehrere Wege. Und, da gab es so einige Produkte, bei denen ich gesagt habe, Alter, das ist absoluter Wucher. So das, was man bekommt. So, dann müssen wir wohl da lang. Oh, Nö. Oh super, Cloud fängt an. Das ist doch Pompass-Tuse. Aber guck mal, die Gegner aus der NES-Version sind hier auch die kleinen Krabben. Mh, Seide. Lecker. Einfach mal nur zoom. Also, aber dann muss das hier ja der richtige Weg... Ja, das ist der richtige Weg. Und stimmt, genau, da ist das Zelt, was ich vermisst habe. Sag ich doch. So, dann können wir hier nämlich abspeichern. Und das passt. Ist ja Wahnsinn. Wir sind genau zum Reaktor gekommen. Könnte man so sagen. Wow. Randalier hier rum. Meine Freundin macht Randaliri. Gut, dann gehen wir nochmal hier durch. Und dann erzähle ich nochmal was. Also ein bisschen offscreen. Muss ja nicht die gesamte Welt erfahren. Da sind wir im Reaktor angekommen. Mit der richtig geilen Mucke. Perfekt, um hier kurz einen kleinen Cut zu machen. Also bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.